Servus und grüß euch, am 4. Juni 2018 Am virtuellen 4. Juni 2018 Ein Tag, der in der Bastelstube in die Geschichte eingehen wird Folge 104 PC-Building Simulator Und vorerst die letzte Folge PC-Building Simulator Ich bedanke mich jetzt auch gleich einmal beim Beginn Bei meinen wirklich treuen Fans, die dieses Format, dieses Spiel so lange durchgehalten haben Ich kenne ein paar, die das immer wieder gern geschaut haben Liebe Grüße an den Uwe Da weiß ich, dass es einer der meisten Zuschauer oder der Zuschauer, der einmal wieder was drunter geschrieben hat Ja, Folge 104 Ich habe jetzt einen längeren Aufnahmeblock hinter mir Ich habe ein paar Folgen am Stück aufgenommen Wenn es richtig geplant ist, müssten die Folgen bis Jahresende 2021 gehen Ich muss mal schauen, wie es mir dann bei der Planung ausgeht Aber wie gesagt, es sollten fast bis zum Jahresende durchgehend passend sein Ob es weitergeht, wann es weitergeht, wie es vielleicht immer weitergeht mit PC-Building Simulator Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, Folge 104 Wenn man sagt, wir haben 52 Wochen im Jahr Dann haben wir jetzt so einen guten Schnitt Es sollten dann ungefähr zwei Jahre gewesen sein, wie wir dieses Spiel auf meinem Kanal gezockt haben Und damit soll es für das erste einmal gut sein Mir hat das Spiel verdammt Spaß gemacht, muss ich sagen Es sind immer wieder so die gleichen Aufgaben gewesen Ab und zu waren nochmal coole Herausforderungen dabei Zum Schluss jetzt auch mit den ganzen Wasserkühlungen Und wir werden mal den letzten Tag genauso gut angehen, wie die anderen 104 Arbeitstage halt In der Werkstatt oder die 104 Folgen Wir gehen zur Arbeit, machen das Licht ein Holen unser Material ab und begeben uns zur Arbeit, würde ich mal sagen So, unseren schönen Arbeitsplatz-PC einmachen So, was haben wir denn da noch alles? Die müssen wir noch reparieren Beim Herrn Kaufmann war es für ihn noch was Die 500 GB Festplatte Defekt Genau, da haben wir noch eine neue bestellt Die schnupselt wir jetzt da mal eine Geben da mal Strom drauf Ja, es repariert, es funktioniert, es passt Wir machen die Seitendeckel drauf Machen den Strom aus Und stellen den PC hier ab So, dann haben wir jetzt einen Haufen Sachen Beim Lehren müssen wir den Reparatur heute abschließen Dann werden wir vielleicht ein paar Turbo-Bestellungen machen müssen heute noch Weil der muss heute wieder raus So, jetzt schauen wir mal Was haben wir denn da alles? Was ist denn da kaputt? Es geht schon mal kein Strom Ein 550er Decker Schauen wir mal, mit was wir denn da überhaupt reinkommen würden Wenn wir ein passendes Netzteil haben Das ist schon mal defekt wahrscheinlich Natürlich genau das, was wir nicht haben Und was natürlich nicht passt So, jetzt können wir gleich mal hergehen In den Shop zu den Netzteilen So, falls wir heute eine andere dringende Reparatur haben Wir werden uns das Ganze jetzt mal anschauen So, den müssen wir übertakten Ich würde sagen, den müssen wir das erste Mal reinigen So, wie der ausschaut Ich bin jetzt immer gespannt, ob wir das überhaupt so hinbringen Als mit der Wasserkühlung Ob das alles so reinpasst, wie ich mir das denke Das ist jetzt einer meiner spannenden Herausforderungen Für die Folge 104 muss ich ganz ehrlich sagen So, jetzt gehen wir mal ganz kurz selber installieren Und schauen wir mal auf Der möchte geflochtene rosa Kabel haben Nein, der nicht Der andere drüben wollte geflochtene rosa Kabel haben Die müssen wir jetzt mit Wasserkühlung versorgen Das heißt, dann nehmen wir jetzt diese giftgrünen Hörner ganz oben Nein, genau So Also Die GPU muss auf alle Fälle jetzt mal raus Weil da muss eine wassergekühlte rein Die haben wir hier Jetzt ist die Frage Jetzt müssen wir mal den Deckel oben entfernen Bekommen wir da Wo kriege ich den Speicherbehälter überhaupt unter? Der hätte hier geplatzt Das wäre doch schon mal ein bisschen gut So, und die nächste Frage ist Wo kriege ich den Kühler unter? Da oben So, jetzt müssen wir das Ganze wieder verkabeln Verrohren Das heißt, wir nehmen jetzt einmal das Rohr hier hin Einmal hier drauf Und jetzt ist die Frage Und jetzt ist die Frage, ob wir da vorbeikommen Das geht nicht Seht ihr? Dann können wir an dem Block nicht vorbei Jetzt ist die Frage Dann müssen wir unten Dann müssen wir unten Dann rundherum, oder? Dann machen wir das Schnauzelchen da mal weg Der macht jetzt aber so ungeschickt Na ja, gut, warte mal Dann Muss jetzt der mal weg So Zeile Wärmeleadpaste Prozessorkühlung So, das machen wir jetzt ganz einfach Passt ja nicht Du musst Der würde also nicht passen, oder? Du musst die Bauteile des Kunden wieder installieren Die Gegenfrage ist natürlich jetzt Wo bringen wir den noch unter? Wo bringen wir den Kühler noch unter? Den kann man da hinten hinbauen Da werden wir wahrscheinlich auch wieder nicht vorbeikommen Mit dem Schläuchlein, oder? Darf schon, aber das wird wieder nicht gehen Das heißt Der müsste auch woanders hin Der müsste auch woanders hin Das ist die andere Frage Ob man den Kühler aufs Warte mal Machen wir mal das Schnauzelchen vorne mal auf Hier wischt das Kabel nicht hier Boah, ist das nicht Fremelabatoren, was ist denn hier los? Machen wir das Ding hier auf So Wenn wir das Schnauzelchen jetzt unterbauen Funktioniert das? Da geht es nicht wegen der Festplatte, oder? Da würde es passen Frage ist nur, können wir da mit den Kabeln rundherum Mit den Schläuchen, so muss ich sagen Kommen wir mit dem Rohr da vorbei Das sieht doch gut aus Denkst du wohl Funktioniert das? Leerer Kreislauf Gut, das macht ja nichts Der Kreislauf darf ja ruhig leer sein, weil Dort Kühlmittel können wir mal zu eintrichtern Blau gesprengeltes Nehmen wir mal gesprengeltes Kühlmittel Nice So Jetzt muss ich bloß mal schauen, ob wir da nicht irgendein anderes Kabel noch abgesteckt haben aus Versehen Schaut nichts aus Jetzt geben wir mal Strom drauf Jetzt müssen wir mal den Stick hineinstecken Den Stick Installieren Programm hinzufügen So Beleuchtung können wir mal reinmachen Dann brauchen wir mal so zwei Overclocking Tools noch 18.33 müssen wir hin Und wieder ein Neustart Wurde mir erst noch kein Tool gefunden haben, dass man Software installieren kann ohne Neustart Das wäre vielleicht auch noch so etwas cooles gewesen Also für 4.000 oder 6.000 Dollar Hätten wir immer bootfrei durchstarten können Das wäre ein Kernspann auf und dann müssen wir auf 18.33 Einen Test mache ich jetzt einmal Weiß man, ich habe es nicht drauf, dann ist es wurscht Dann schrauben wir den Eimer nur wieder zusammen So So Staubschutzfilter einmal Frontblende Deckenplatte Seitenwand Seitenwand So Strom aus Auch den können wir kassieren Und da haben wir jetzt noch ein Reparatürchen Gut, das war jetzt aber auch nicht das Problem Weil da müssen wir eigentlich nur Eigentlich nur Da nehmen wir jetzt Kunststoff schwarz Die Grafikkarte ersetzen Grafikkarte Die Founders Edition Die Founders Edition Und den RAM Speicher Speicher Strom Es rockt Bei Es rock Das war jetzt kurz und schmerzlos Jetzt machen wir mal eine kurze Bereinigung Da ist alles in Ordnung Da ist alles in Ordnung Da haben wir eh nichts drin Den kaputten Tun wir ins Nirvana Bei der anderen ist auch bloß Netzteil kaputt Das heißt die können wir verkaufen Und die kann auch weg Gut Dann machen wir jetzt noch eins zum Abschluss Damit wir wirklich ein sauberes Ende haben Hier in der 104er Folge Gehen wir in den Shop Nehmen wir die Just in Time Lieferung Wird zwar etwas teuer Das macht aber nichts Weil wir müssen das Ding halt fertig bringen Ich hoffe das nicht noch mehr Effekt ist Weil sonst Hä? Achso, ja Schlau Man sollte das Zeug aufräumen Leichter Schock Leichte Panik Perfekt So Sonst was wir jetzt tun müssen ist Wir müssen jetzt schauen dass wir jedes einzelne Kabel in dem Gehäuse finden Was wir alles abstecken müssen Zum Abschluss kommt Lucy gerade auf Da kommt ja meine kleine Kanal Diva Unsere andere kleine Katze Der Max ist draußen unterwegs Aber jetzt ist gerade Lucy noch vorbei Aber sie geht schon wieder Unsere kleine Diva So Der wollte rosa geflochtene Kabel haben So 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 Man versteht es nicht warum Aber Lädt Betriebszimmer ist alles soweit in Ordnung Das heißt Da können wir beide Seitenwände wieder drauf schreiben Drauf schrauben Nicht drauf Äh So Auch der ist fertig Ja Kinderchens Ich mach den PC hier mal aus Damit wärs nämlich soweit Es ist soweit Wir machen das Licht aus Folge 104 Ist zu Ende Die Folge 104 ist zu Ende So leid es mir tut Mal schauen Vielleicht Kommen ja entsprechende Kommentare Ich werde auf alle Fälle Jetzt mal ein bisschen Pause machen Hier im Kanal Mit PC Buildings Simulator Also Vielleicht Ähm Haben ja doch noch die Fangruppen Die sich postiert haben Und ein Aufschrei geht durch den Kanal Durch Deutschland Durch Bayern Und wir müssen doch weitermachen Ich weiß es nicht Ähm Ich lass das auch nicht mal draußen stehen Die neuen Aufträge schau ich mir nicht an Sollten wir da irgendwann einmal weiterspielen Ähm Ich muss einmal schauen Wie gesagt Ich lass das Ganze jetzt mal ein bisschen ruhen Hier bei mir am PC Werde mir die ganzen Kommentare mal anschauen Wenn denn die Folge 104 mal online ist Aber wie gesagt Es wird mir sicher ein bisschen Pause geben Und dann schauen wir mal Vielleicht spiel ich es im stillen Kämmerlein Ein bisschen weiter Mach ich ab und zu mal ein paar schöne Screenshots Aber Let's Plays Freitagabend 20.30 Uhr Wir werden schauen was es dort anderes gibt Werden ja doch an den ersten Mal Ein paar neue und interessante Spielchen noch kommen Ich verabschiede mich von euch Vielen vielen Dank Für die treuen Zuschauer Die ähm Das Spiel so lange durchgehalten haben Bei mir am Kanal An meine treuen Fans An die Fangemeinde von PC Buildingsimulator Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Alles Liebe und Gute Euer Maverick Ich bin sehr stolz Und es muss euch noch einmal Einen Tag Ich bin sehr stolz Untertitelung des ZDF, 2020